Der Corona-Lockdown hat großen Einfluss darauf genommen, wie Lehrer und Schüler miteinander kommunizieren, vor allem dann, wenn eben kein Präsenzunterricht möglich ist. Die richtige Ausstattung von Lehrern und Schülern spielt für einen gelungenen Distanzunterricht eine wichtige Rolle. Das hat auch der Hersteller Entleihen erkannt und gibt großzügige Rabatte für Lehrer auf das ModMic Wireless. Warum sich genau dieses Mikrofon für Lehrer eignet, schauen wir uns in diesem Video an. Lehrer sind Bewegung im Klassenzimmer gewohnt und das bleibt im Homeschooling auch nicht aus. Das ModMic Wireless ist fest am Kopfhörer installiert und sorgt so dafür, dass der Abstand zum Mund unverändert gleich bleibt. Das sorgt für eine konstante Lautstärke bei der Aufnahme. Der erste Punkt trifft natürlich auf alle Headset-Mikrofone zu. Was macht das ModMic hier so besonders? Das ModMic Wireless ist wie der Name schon sagt kabellos und schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein. Zum anderen hat es eine sehr gute Sprachqualität im Vergleich zu anderen Funk-Headsets. Jetzt hört ihr mich beispielsweise mit einem Creative Sound Blaster Funk-Headset. Ich denke schon nach den ersten Worten wird der Unterschied mehr als deutlich und jetzt stellt euch vor, ihr müsstet eine Unterrichtsstunde lang diesen Ton als Schüler aushalten. Das ModMic lässt sich über Magnete und Klebepads an so gut wie jedem Kopfhörer anbringen. So kann ich es beispielsweise mit meinem Bluetooth-Kopfhörer verwenden. Nicht jeder Lehrer hat beim Homeschooling optimale Bedingungen. Auch hierfür bietet das ModMic eine Lösung. Es gibt einen Schalter, der es erlaubt zwischen unidirektionaler und omnidirektionaler Charakteristik umzuschalten. Gerade bei lauten Umgebungen empfiehlt sich der unidirektionale Modus. Hier wird nur die Stimme der Sprecherin bzw. des Sprechers aufgenommen. Jetzt hört ihr mich genau in diesem Modus, also im unidirektionalen. Die Stimme klingt etwas dünner, da der Raumklang einfach fehlt. Trotzdem bietet dieser Modus Vorteile, wenn Hintergrundgeräusche unterdrückt werden müssen. Die gute Soundqualität habt ihr ja während dieses Videos bereits kennengelernt. Das ModMic kommt mit einem USB-Funkempfänger samt integrierter Soundkarte. Das stellt sicher, dass die Soundqualität nicht durch eure interne Soundkarte verschlechtert wird. Und ja, das ist 2020 immer noch ein Problem, wie ich in einem anderen Video gezeigt habe. Schaut dazu einfach in die Infokarte. Wenn ihr als Lehrer den Rabatt von Entleihen in Anspruch nehmen möchtet, verlinke ich euch eine Seite mit weiteren Details dazu. Bei allen anderen freue ich mich über einen Klick auf den Amazon-Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.